Jo Leute, heute seht ihr Baumhäuser. Ja, ich habe drei Baumhäuser zur Wahl mitgebracht. Ihr könnt in den Kommentaren abstimmen, welches ihr am schönsten findet. Hier seht ihr gerade das erste Baumhaus. Ja, jetzt seht ihr das zweite Baumhaus, auch selbst gebaut. Und jetzt kommt das dritte Baumhaus, etwas heller, aber alles selbst gebaut. Und ja, stimmt doch in den Kommentaren ab, welches ihr am besten findet. Oder ob ihr auch noch andere Videos wollt. Oder zum Beispiel das hiesligste Baumhaus der Welt. Und das hiesligste Hotel der Welt. Und so, ja, stimmt doch ab und dann ja, stimmt ö.